ich zeig dir jetzt den rucksack von boss danten ein kleiner schicker damenrucksack ja der nicht sehr viel volumen vorsieht aber unheimlich schick und elegant ist also ich finde farbenmäßig ist er sehr schick ihn gibt es auch in uni schwarz und den anderen farben wenn dir das ein bisschen zu schick und elegant ist aber ich finde auch gerade die träger mit den bronze farbenen gurten finde ich unheimlich ansprechend möchtest du die exakten maße das exakte gewicht wissen dann geh bitte unten auf traveliebe.com direkt link ich habe dir das ipad fach ausgemessen ich habe dir das gewicht ausgemessen damit du auch genau weißt ob dein tablet da rein passt der boss danten hat unheimlich viele taschen er hat ein geheimfach hier am hinten hier am hinten hier hinten und zwar ist die halb hoch also die geht ungefähr nur bis hier dort kannst du dir kleine sachen reinstecken nicht unbedingt sehr viel platz für portemonnaie was auffällt ist der reißverschluss der reißverschluss oder die reißverschlüsse laufen echt super wie gesagt schulterriemen innen drin entsprechend die stoffriemen und außen ein schönes leder vorne hast du ein hauptfach bzw ein frontfach was sehr viele kleine fächer hat und recht weit zu öffnen ist du hast hier an den seiten entsprechende begrenzer hier vorne ein kleines fach wurde was reinstecken kannst viele visitenkarten fächer oder kreditkarten fächer ob es so viele sein müssen stellt sich mir die frage denn habe ich viel kreditkarten dabei oder du habe ich eh mein portemonnaie dabei stecke nicht jedes mal eine einzelne karte da rein und die visitenkarten dort immer wieder rein zu stecken ist auch guck dir das an das ist echt müßig und das ist auf sackhaares breite geschnitten also wenn du das oft machst dann siehst du sind die schon ziemlich verknickt keine ahnung ob das so sein muss aber du hast hier eigentlich relativ viel platz also du hast standardmäßig immer platz für deine atemmasken du hast hier entsprechend kleine fächer wie du siehst wo gut auch ein smartphone rein passt und im haupt fach habe ich jetzt mal entsprechend pecking cube reinge mit rein genommen denn vielleicht willst du auch mal ersatz unterwäschung mitnehmen musste vielleicht mitnehmen oder ein handtuch du hast unheimlich viel fächer du hast zwei stifte halter klein fächer du hast entsprechend hier ein größeres fach mit einer lederkante du hast einen sehr schönen stoff innen drin der ist leicht glänzend ausgestattet ich habe hier meine maus mit rein gehangen dann hast du im innenfach und ich glaube also ich habe den bestellt weil ich ein für meine frauen rucksack gesucht hat für das ipad beziehungsweise für ein tablet und er hat angeblich so wurde es mir offeriert ein tablet fach was gepolstert ist vielleicht siehst du das tablet fach was gepolstert ist ich sehe es nicht vermutlich sollte das das sein das problem einfach da dran ist die tablets werden immer größer das ist ein ipad generation drei glaube ich oder zwei also relativ klein und wie du siehst passt der nicht rein ein schönes wortspiel also funktioniert nicht also wenn das hier das tablet fach sein sollte was schön in der mitte liegt ist es nicht förderlich funktioniert nicht du hast hier im innenfach gegenüberliegend auch nochmal zwei steckfächer dort habe ich mal eine festplatte rein gesteckt also du kannst da sehr viel rein stecken du hast hier auch wieder zwei steckfächer du hast platz für ein schönes buch und auch hier hast du noch mal ein großes fach da habe ich jetzt meine kopfhörer rein gesteckt und noch ein zusätzliches reißverschluss fach wo du zum beispiel kleine teile wie ladekabel rein stecken kannst und schlüssel also du hast bei dem rucksack keinen extra schlüssel clip der fehlt hier und es fehlt die polsterung für das tablet fach nichtsdestotrotz für den preis finde ich den echt schick er riecht nicht und möchtest du mehr erfahren über andere leder rucksäcke mit laptop fach denn dieser kleine bostanten hat leider kein laptop fach sondern nur ein ipad fach bzw tablet fach wie groß das ist zeige ich dir später aber schau dir mal das video hier oben an da habe ich dir sieben unterschiedliche rucksäcke von berliner bags stillort picadro und so weiter getestet vorgestellt schau dir das video als allererstes an denn dort kannst du dann sehen welche tendenz dir besser gefällt ich versuche mich dort kurz zu fassen so zwischen zwei und drei minuten pro modell gebe ich mir zeit und dann hinterher kannst du dir das modell richtig in länge angucken und dir die bewertung anschauen was noch bevor ich den trage ist möchtest du dir den rucksack kaufen empfehle ich dir unten entsprechend in den direkt link zu gehen hat zwei vorteile erstens es kostet sich keinen cent wenn du über den bestellt ich suche dir das günstigste modell raus dementsprechend sparst du dir zeit und ich kriege auch ein paar cent für das video für die arbeit die ich bei dem video gemacht habe und den review den ich noch schreibe auf travel liebe.com und jetzt zeige ich dir wie er getragen aussieht ich bin keine frau ist glaube ich hoffentlich offensichtlich aber da ich ein kleiner mann bin kannst du dir gut vorstellen dass der rucksack schön schmal geschnitten ist und auf einem frauenrücken sehr gut passt ich danke dir dass du das video bis jetzt geguckt hast und schaue dir auf jeden fall auch das andere große video an wo ich dir die anderen sieben rucksäcke aus leder vorstelle wir sehen uns jetzt in dem nächsten video bis dann dein ruhm